Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 24. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1323, heute mit den folgenden Themen. Uber, WhatsApp, Apple Watch, Twint, AVM, Spotify und Google One. Dann starten wir doch gleich mit Uber. Die unterstützen neu Live-Activities und Dynamic Island. Ich liebe ja die Dynamic Island. Ich habe eine Ode an die Dynamic Island geschrieben auf dem Pogipsi.ch Blog. Ich könnte euch das verlinken für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Auf daily.giktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da könnt ihr das Ganze nachlesen. Aber auch die Live-Activities, das finde ich eine tolle Geschichte. Auf dem Always-On-Screen vom iPhone hast du dann eben Informationen von gewissen Apps. Und da ist jetzt neu auch Uber mit dabei. Du siehst auf so einem kleinen Zeitstrahl, wo du dich aktuell befindest. Und wie lange das zum Beispiel auch geht, bis du in dein Uber steigen kannst. Mir gefallen solche Dinge ja. Ich hoffe, dass viel mehr Apps darauf aufspringen. Auch WhatsApp springt auf etwas Neues auf. Und das ist eine Newsletter-Funktion, obwohl das Wort Newsletter noch in Klammern geschrieben werden soll. Weil es nicht sicher ist, dass es final dann schlussendlich auch so heissen soll. Laut WhatsApp-Beta-Info soll eben WhatsApp an so einer Funktion, einem Werkzeug daran arbeiten, womit dann zukünftig Menschen da draussen Newsletter über WhatsApp versenden können. Da leider immer noch so viele Menschen dieses WhatsApp-Nutzen, dieses unsägliche Zeugs, macht das vielleicht sogar Sinn, da auch solche Möglichkeiten mit drin zu haben. Anscheinend ist es Apple, und das behauptet Bloomberg, gelungen, ein Meilenstein bei der nicht-invasiven Blutzuckermessung. Was ist das genau? Ja, schon im Jahre 2010, war es 2011, so irgendwo um den Dreh rum, damals noch unter Steve Jobs, hat man Apple nachgesagt, dass sie an einem Gerät arbeiten, was eben den Bluttest vorantreiben wird. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr jemanden kennt mit Diabetes oder auch ähnlichen. Blutzuckermessungen sind immer verbunden mit diesem kleinen, feinen Pix in den Finger, in irgendeinen Finger, wo dann ein kleines Pflaster draufkommt und vorher noch ein paar Tropfen, ein, zwei Tropfen Blut rausgepresst wird. Und das möchte Apple eben, wie gesagt, schon damals unter Steve Jobs verhindern, für all die Leute, die das täglich oder noch fleissiger oder wie auch immer machen müssen. Und da sollen sie, wie gesagt, einen grossen Schritt weiter nach vorne gekommen sein. Bis anhin hat man da mit verschiedenen Startups, die man aufgekauft hat und oder mit denen man kooperiert hat, zusammengearbeitet. Und bis anhin war die Maschine, die das machen konnte, hatte die eine Grösse von einer Tischplatte. Neu ist Apple jetzt soweit. Und jetzt geht es auch mit TSMC, dem Chip-Hersteller, den sie sonst auch schon recht fleissig benutzen, mit dem an einem Chip arbeiten, der sehr stromsparend ist und auf der Grösse eines iPhones ist. Und das muss natürlich noch deutlich mehr schrumpfen und somit wird es auch noch einige Jahre gehen, bis Apple dann soweit ist. Ich bin mal gespannt, ob es Apple schafft vor all den anderen, weil da arbeitet natürlich nicht nur Apple mit dran. Wieder mal Neuigkeiten zum Schweizer Bezahldienst Wint gibt es. Die haben nämlich vermeldet, dass sie 5 Millionen aktive Nutzer haben. Wenn wir bedenken, dass wir etwa 8 Millionen Schweizer Bewohner haben, ist das natürlich eine Riesenzahl. Doch es ist immer eine Frage, wie man das rechnet. Normalerweise werden Active Users ja gezählt im laufenden Monat. Also so kenne ich es zum Beispiel von Facebook, von all den ganzen grossen Plattformen, Snapchat und so weiter und so fort. Twint ist dann ein bisschen grosszügiger. Man rechnet einfach die aktiven Nutzer der letzten zwölf Monate zusammen, wo dann natürlich noch Corona mit drin war und es auch ganz stark genutzt wurde und da einen riesen Schub gegeben hat. Zu guter Recht auch, weil das ist natürlich auch viel einfacher, als mit diesem Bargeld zu hantieren. Im Vergleich zum Jahr 2019 konnte man im Jahr 2022, also zwei Jahre, sich verzehnfachen. Der Umsatz oder die Transaktionen waren bei 386 Millionen Franken, rund ein Drittel waren Peer-to-Peer, also von Freund zu Freundin und oder Freunde hin und her und der Rest ist aus dem Handel und anderen Geschichten. Ist schon eindrücklich, wenn man bedenkt, damals 2014 gegründet mit dem Gedanken, die Daten zu sammeln, der Schweiz eine einfachere Lösung als die amerikanischen anzubieten und denen nicht die Daten zu überlassen. Die haben dann schlussendlich was Anonymes gemacht, Twint eben nicht so, aber das ist eine andere Geschichte. Man hat dann von der PostFinance zusammen mit Payments zusammen, ja, wie sagt man, sich migriert und dann eine einheitliche Lösung gebracht. Es gab auch vom WECO, der Wettbewerbkommunikation, ein Vorgehen von Richtung Twint in Richtung Apple und da muss eine gewisse Anpassung gemacht werden. Die anderseitige Untersuchung, die das WECO bis heute nicht aufgegeben hat, ist, ob die Schweizer Finanzinstitute, damals Apple Pay, in Anfangszeiten boykottiert hatten, um Twint voranzutreiben. Und das kann man ja wirklich sagen, ja, aber mal schauen, vielleicht kommt das WECO irgendwann noch auf eine Lösung. AVM wird an der kommenden Mobile World Congress in Barcelona, wo ich leider nicht mit dabei bin, zwei neue Produkte vorstellen. Glasfaser-Router, normalen Router, die 5690 Pro und die 5690 XGS haben beide WiFi 7 drin und jetzt wird spannend, Zigbee mit Onboard und Matter. Das heisst, der Smart Home Bereich von AVM geht nicht mehr nur über die DECT-ULE-Schiene, wo sie da tolle Geräte haben und praktische Smart Home Devices, nein, sie öffnen sich für Zigbee und somit eben auch für Matter und können dann schlussendlich das Ganze abbilden. Das heisst, ich kann meine ganzen Bridges und Dinger, die ich da so im Einsatz habe, beiseite lassen und das die Fritzbox regeln lassen. Ich freue mich, liebes AVM. Bei Spotify hat man auch mal was Cooles machen wollen, weil heute machen ja alle was mit dieser AI und künstliche Intelligenz etc. und deshalb gibt es das jetzt da auch. Die normalen Playlists, die sie einem erstellen, das ist ja das eine Ding. Da ist sehr viel Schmalz dahinter und auch eben, was hat man vorher gehört, was könnte man noch mögen und dann stellt man was zusammen. Und da kommt jetzt neu die künstliche Ansagerstimme. Das heisst, zwischen den Songs heisst es dann irgendwie, wow, wow, hier kommt das Lied vom, ja, freut euch drauf. Etwas, worauf ich zum Beispiel nicht gewartet habe, aber vielleicht ihr, lasst es mich doch mal wissen über die ganzen Wege, die es da so für Möglichkeiten gibt. Und zu guter Letzt haben wir Neuigkeiten von Google. Gerade gestern Abend noch reingetrudelt, per Pressemitteilung von Google. Es gibt neue Funktionen in Google Fotos, aber aufpassen nur für diejenigen, die Google One Nutzer sind. Das heisst, die, die Google Geld in den Rachen schieben, damit sie mehr Fotos ablegen können und eben mehr Funktionen nutzen können. Was ist da mit dabei? Der magische Radierer, wo man Menschen und andere Gegenstände aus dem Bild ausradieren kann. Das sollen sowohl Android- wie auch iOS-Nutzer benutzen können. Der HDR-Effekt für Videos ist mit dabei. Und es gibt ein Update für die Collage-Editor, wo du dir, ja, Collagen zusammenstellen kannst. Und natürlich, die Fotodruckbestellungen sind auch mehr ausgebaut worden. Na dann, happy Radierering und sonst dir bald schon ein schönes und erfolgreiches Wochenende. Wenn du arbeiten musst und oder darfst wie ich, geniess es und wenn du frei hast, dann langweil dich oder geniess es genauso, wie auch immer du magst. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.